Ja, wie kann ich mein WLAN-Netz erweitern? Wie kann ich die Funkreichweite verlängern? Da gibt es unterschiedliche Methoden. Zum einen kann ich mehrere Router sozusagen in Reihe über das Kabel hintereinander schalten, die dann alle das gleiche WLAN-Netz ausstrahlen, so dass ich dann halt an jedem Punkt wieder ein neues Netz zur Verfügung habe und dadurch halt meine Reichweite vergrößern kann, habe ich die Möglichkeit nicht, diese Router über die Kabelverbindung zu erweitern. Dann habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze auch wieder über Funk zu erweitern. Das sind die sogenannten WLAN-Repeater, die ich dann halt so positionieren muss, dass der erste WLAN-Repeater einigermaßen gute Verbindungen habe zum Hauptrouter, so dass ich daraus dann wieder eine neue WLAN-Verbindung erstellen kann. Das macht Sinn, wenn ich ein Gebäude habe, was bereits schon komplett fertig ist und ich nicht mehr irgendwelche Schlitze oder Leerrohre habe, um neue Kabel zu ziehen. In einem Neubau oder einem Rohbau macht es mit Sicherheit Sinn, frühzeitig darüber nachzudenken, wo ich meine Hotspots haben möchte, wo ich meine Repeater haben möchte, um das ganze Projekt halt WLAN-technisch auszustatten, um dann halt die entsprechende Kabelverbindung zu legen. Ich tue das ein wenig, was ich mir wünsche, wo ich meine Hotspots haben möchte. Ich bin der Kabelverbindung, den wir im Ausland-Virat und die Kabelverbindung zu ziehen. Und ein B curb coordinator, wenn wir in der Kabelverbindung zu ziehen, sagt uns, dass wir jetzt auch ein paar Dinge Dinge erleben können. Vielen Dank.